Es sah wie lauter verzerrte langbärtige Fratzengesichter aus, deren einige sogar Ähnlichkeit hatten mit jenem Affenmonstrum am Meeresstrande. Und wenn man denn recht hinsah, war es doch wieder nur bloßes, vielgezacktes und viel zerspaltenes Felsgeäder. Zitternd trat der arme Gesell unter die Larven hinein. Das galgen Männlein in seiner Tasche ward so schwer, als wolle es ihn zurückziehen. Aber eben dadurch wuchs sein Mut, denn, dachte er, was der nicht will, muss ich just wollen. Auch legte sich tiefer in der Höhle eine so dichte Finsternis über seine Augen, dass er bald von den Schreckensgestalten nichts mehr gewahr ward. Nun fühlte er nur höchst vorsichtig mit einem Stecken vor sich hin um nicht etwa in unbekannte Abgründe zu stürzen, fand aber nichts. Als eben fein bemoosten Boden und wäre nicht bisweilen ein wunderliches Pfeifen und Krächzen durch die Höhle gegangen, er hätte sich alles Entsetzens erwehrt. Endlich gelangte er hinaus. Ein Wüsterbergkessel schloss ihn von allen Seiten ein. Zur Seite sah er das große, furchtbare Schwarzroß seines Handelsmannes, wie es unangebunden mit hochgehaltenem Kopfe ohne zu weiden und sich sonst zu regen, gleich einer ärzenen Bildsäule dastand. Gegenüber quoll ein Born aus dem Felsen, darin sich der Reiter Kopf und Hände wusch. Aber die böse Flut war schwarz wie Tinte und färbte auch so ab. Denn als sich der riesige Mann nach Reichardt umkehrte, war sein hässliches Antlitz ganz mohren schwarz, welches auf eine schreckliche Weise gegen den reichen roten Kleiderputz abstach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017